Meine Tasche von Bottega Veneta, alle meine Jungs sind Rebella, Rebella. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MyCraft. Ich habe gestern mir ein Info erschaffen und wollte fragen, ob es schön ist, ob ihr es gut findet. Und ja, das wird dann so sein. Und ja, wir müssen jetzt runter zu unserer Zuckerrohrfahre. Und hier möchte ich ja heute das Haus bauen. Und... um 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 wir werden heute das Haus bauen also das Besschenhaus werden wir heute bauen und ich hab keine Erde und dann statt ich hochgehe meine Familie streitet sich um 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 ich habe auch Papier neustens auf meinem Handy ich werde auch Hochladen Fortnite äh das krieg ich irgendwie nicht aufs Handy raus um 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 Doch oben müsste Kürze sein. Ich sitze kurz auch noch. Da wollte ich keinen Sitz lang hinsetzen. Es tut mir leid, wenn ich englische Wörter falsch ausspreche. Auch wenn ich ein deutsches Malkopf habe. Ich mache die meisten Sätze eh lieber auf Englisch. Und das ist das Problem. Ich bin nicht gut in mir. Okay, wir brauchen jetzt einen Spitzscherkel. Glaub ich, ja. Ich werde die Kürze zu sehen und dann werden wir das Haus bauen. Das kann ich jetzt einfach runterlaufen oder runterspringen. Oh ne. Ich weh, ich habe Ohren. Ich habe wirklich auf den Kürze zu fahren. Oh ne. Pumping. Pumping. Die waren jetzt so aus. Das wird ein bisschen schräg. Da muss man immer so gucken. Oh, so raus. Der tut dann. Okay, ähm, die... Also, wir wollten es eher... So machen wir. So machen wir. Lauf eher hier hin. Na? da ja ich hätte am besten auch noch noch eine Bahnstrecke hier runter passen und Und ja, den Boden mache ich aus. Ich möchte das so machen und den Boden ist klar. So, so, so. So, dann, so. Oder doch, wir machen da noch mehr dran. Wir werden dort eine Banken bauen. Und wir sehen uns gleich. So, da sind wir wieder und es wird Nacht. Es wird Nacht. Wir haben jetzt hier hoch. Drei. Da. 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 oh die Karte eine Türe Karte 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 ich schaue mal kurz auf die Aufnahme 10 Minuten 5 4 ähm Karte da ich ich werde äh äh ich werde ein ähm ähm das war hier ach k k k k k ich bin vergessen k 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 die die 1 1 Prozent 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 Das ist von der Karte. Ich bin jetzt von der Karte. Ein richtig guter Neu. Nein Okay Wie viel Flan habe ich? 2 habe ich drin Okay, ich brauche eine Wertbank unten Nein Also mache ich mir einfach eine Werkbank und ich schaue auf meine Aufnahme 13 Minuten, heißt ich kann noch 2 Minuten aufnehmen Ich mache schnell eine Werkbank Danach mache ich das hier Auf dem Boden So gemacht Und dann liegt das Glas Das Glas Das Glas Das Glas Ja, perfekt Das ist fertig Glasscheiben Daraus bekomme ich 16 Ich muss den jetzt schnell runter Wir haben nicht mehr so viel Zeit Deswegen muss ich zu schnell reden Und auch schnell arbeiten Ich muss jetzt voran machen Ich... So 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 Ich muss jetzt den Scheiben haben wir hier Ich habe eine schöne Idee wie ich das hier mache Um, da, da, da. Den Rest werde ich in der, äh, auf meinen Sachen. Ich habe euch, es hat euch Spaß gemacht. Schau, schaut bei anderen auch vorbei. Und wir sehen uns.